Unsere Gruppe Brennholz, das ist schon mal euer Applaus. So, Michi Kaiser, liebe Grüße zu dir nach Hause ins Kärntner Landl. Wir haben letzte Woche eigentlich gar nicht drüber gesprochen, dass zwei von euch einen ganz berühmten Papas haben. Wer ist denn das? Ja genau, das ist der Michael von den Grobenthaler und das ist der Papa von mir und von Johannes. Aha, schau mal an. Gut gegangen die Nummer. Ja, sehr, sehr schön. Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm. Wie schaut's aus? Autogramme schon gegeben im Zillertal, Brennholz-Autogramme? Ja, ein paar schon. Schon, oder? Ja. Schaut man im Zillertal auch immer wieder sonntags? Ja, wir hoffen es einmal. Ja, ich hoffe es eigentlich auch. Jetzt schicken wir erst einmal liebe Grüße an die Gruber-Taler, Habatieri, Servus. Wir sehen uns, glaube ich, Ende August irgendwie. Ja, vielleicht lauft's euch da nochmal über den Weg. Das weiß man ja nicht. Aber das entscheidet immer noch das Publikum. Ein Sommer wie damals, das war euer Siegertitel vom letzten Sonntag. Meine Damen und Herren, ein Riesenapplaus für Brennholz. Dieser Sommer wie damals, der lasst uns nimmer los. Früher gab man mal auf der Ollen, der Wind zog durch des Rohr. Wir denken gern zurück, wie schön des Tormals war. Jung und frech und unbeschwert, so war für uns des Leben. Wird's nur mal so ein Sommer, wird's zu unserer Kindheit gehen. Ein Sommer wie damals, als wir noch Kinder waren. Dieser Sommer wie damals, der hat's uns angetan. Da haben wir musiziert, und in der Wind war, was los. Dieser Sommer wie damals, der lasst uns nimmer los. Dieser Sommer wie damals, der hat's uns nimmer los. Ein Sommer wie damals, der hat's uns angetan.